Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video Entschroudet. Heute möchte ich euch sagen, wo ihr am besten Silber finden könnt. Und zwar müsst ihr dafür nicht in das Gebiet hier oben, sondern ihr findet Silber wirklich ziemlich am Anfang, wenn ihr über den rechten Zugang das neue Gebiet betretet. Wo genau, das zeige ich euch jetzt. Silber braucht man natürlich für die unterschiedlichsten Sachen, zum Beispiel für ein Silbertablett, für einen silbernen Pokal oder natürlich auch für Waffen, zum Beispiel dem Wolfszahnschild. Wer von euch also ziemlich schnell an Silber kommen möchte, sollte hier in die Nähe von Brackenshaven gehen, denn dort sind einige Silberspots wirklich nah erreichbar. Ich habe euch die Standorte natürlich markiert und zwar mit diesen Markern. Hier ist Brackenshaven und wir düsen jetzt zum ersten Marker, damit ihr sehen könnt, wie die Spots aussehen. Der erste Spot befindet sich hier im Miasma. An dieser Stelle. Und zwar müssen wir, wie ihr sehen könnt, einfach nur hier runter. Ups, das hat wehgetan. Und hier haben wir einen fetten Silberspot. Dann müsst ihr theoretisch gesehen einfach nur hier weiter langlaufen. Und dann seid ihr tatsächlich auch recht schnell beim nächsten Spot. Am besten ist es natürlich, wenn ihr hier zu dem Weg folgt. Und auch dieser Spot lässt sich kaum übersehen, denn hier habt ihr ihn direkt am Weg. Das wäre dann dieser Standort. Für die letzten beiden Standorte folgt ihr einfach dem Weg vom letzten Standort aus, geht hier über die Brücke drüber, geht geradeaus weiter, geht auch hier wieder über die Brücke, aber Achtung, nicht reinfallen, folgt wieder dem Weg. Und auch dieser Silberstandort ist wirklich schnell zu erreichen. Wenn ihr dann ein bisschen geradeaus weiter geht, dann findet ihr den nächsten Spot, und zwar hier oben. Wie ihr also seht, ist es nicht notwendig, auf Silbererz zu warten, bis ihr hier oben im Gebiet angekommen seid. Ihr habt hier wirklich einige Standorte, wo ihr Chillic Silber abbauen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, und bis dann! Ich wünsche euch noch ein Abo da, wenn ihr hier oben seid.